Guten Morgen oder guten Tag, je nachdem zu welcher Tageszeit ihr mich hier seht und mein kleines Anliegen euch geduldig anhört. Ich bin neu hier, mein Name ist Bernd, mein Familienname Rauscher. Ich komme aus Leipzig in Deutschland, habe viele und langjährige Erfahrungen in der Vermittlung der deutschen Sprache, vor allen Dingen gegenüber Menschen, die keine Muttersprache sind. Das heißt also Menschen, die in anderen Ländern aufgewachsen sind, aber das Ziel haben, irgendwann nach Deutschland zu kommen und vorher sich so gut wie möglich bereits mit der deutschen Sprache zu beschäftigen. Ich möchte aber jetzt mit euch überhaupt nicht grammatische Regeln besprechen oder euch mit irgendwelchen Rechtschreiben, Normen und Übungen hier langweilen oder vielleicht sogar Angst machen. Das möchte ich überhaupt nicht. Ich will mit euch ein wenig, vielleicht auch mit einem lächelnden Auge, die deutsche Sprache zusätzlich zu euren normalen Sprachkursen erlebbar machen. Wir haben in der deutschen Sprache, wie sicher auch in anderen Sprachen, ein Phänomen. Wir sagen oftmals Dinge, entweder mit einem Wort oder mit einer Wortgruppe und meinen aber etwas ganz anderes als das, was wir gesagt haben. Ja, es klingt paradox, aber es ist so. Ich sage euch ein Beispiel. Wir verwenden häufig oder manchmal, je nachdem, eine Wortgruppe, die von den einzelnen Wörtern her jeder verstehen kann. Jemanden in sein Herz schließen. Ja, alle diese Worte kennen wir. Wir kennen das menschliche Organ, das Herz. Aber wir wissen doch, dass wir niemanden in dieses Organ, in unser Herz einschließen können. Also haben wir es hier mit einer Bedeutungsübertragung zu tun. Das heißt, wir sagen etwas und meinen aber etwas völlig anderes. In unserem Beispiel bedeutet, jemanden in sein Herz eingeschlossen zu haben. Nichts anderes, und das versteht jeder Deutsche, dass wir einen anderen Menschen sehr gern haben, ihn mögen und ihn deshalb auch immer sehr nah bei uns haben wollen. Also, wir hören eine Aussage oder wir lesen sie, entnehmen dieser Aussage eine Bedeutung, aber meinen etwas ganz anderes. Und das, was wir meinen, müssen wir beim Erlernen der deutschen Sprache auch wissen, sonst verstehen wir diese Wortgruppe völlig falsch und interpretieren Dinge hinein, die es gar nicht gibt. So, damit bin ich schon für den heutigen Montag am Ende. Ich hoffe, vielleicht hat es euch etwas Spaß gemacht. Lasst es mich wissen, auch wenn es euch vielleicht gelangweilt hat, oder wenn ihr Vorschläge habt, wie ich das eine oder andere verändern kann, dass es euch dann später besser gefällt. Ansonsten eine schöne Woche und Tschüss, bis nächsten Montag. Herzliche Grüße aus Leipzig, Bernd. Hier ist es, dass wir die